herzlich willkommen zu meinem neuen motorvlog leute und ich habe heute wieder eine richtig geile location gefunden beziehungsweise einen richtig geilen weg den wir heute hier mal zu weg fahren weil leute wir werden heute hier mal ein bisschen reinfahren und da geht so ein weg also den darf er sogar fahren durch den wald und aber auf jeden fall wir werden jetzt hier bisschen fahren und werden auch bis in den wald herum fahren und also richtig geile wege würde mich über ein like und abo freuen leute wenn ihr die letzten videos nicht gesehen habt schaut ihr euch auch gerne an ich würde sagen wir labern jetzt auch gar nicht herum starten an und let's go so so wir werden jetzt ein bisschen auch langsam fadiger weil wir sind ja noch gerade im dorf aber jetzt geht es gleich los leute so leute und jetzt waren wir hier links leute und ja let's go so 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 so